Guten Morgen, Tests, ich habe wunderbar funktioniert. Okay, hallo und schöne Grüße aus dem verschneiten Salzburg. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf und die Firma Wikitude präsentieren darf. Heute wird es, wer hätte es geahnt, um das Thema Augmented Reality gehen. Mein Name ist Haus Andreas. Wie schon erwähnt, bin ich seit Anfang an dabei bei Wikitude, noch vor der Firmengründung. Und wir beschäftigen uns mit Augmented Reality Apps und Glasses und alles, was dazugehört. Gegründet sind wir worden, also am Papier gibt es uns erst seit Mai 2009. Der Gründer oder die kleine Gründergruppe war allerdings schon ab 2008 mit dem ersten Google Phone und den ersten Emulatoren für Android daran, etwas Augmented Reality-ähnliches auf Endgeräten herumzutüfteln. Mittlerweile haben wir den Fokus etwas geschwenkt und konzentrieren uns jetzt auf Augmented Reality SDKs. SDKs für, falls es nicht Techniker gibt, im Prinzip geht es darum, wir erstellen ein Werkzeug, mit dem man mit möglichst wenig technischem Know-how Augmented Reality Experiences basteln kann. Waren wir anfänglich noch zu viert, sind wir mittlerweile schon mehr als 20 Leute und beschäftigen uns neben Augmented Reality und App-Entwicklung auch mit Hard- und Softwarefirmen, aber auch Agenturen und sind sogar in Kontakt mit diversen Universitäten, um unsere mittlerweile eigene Image Recognition Engine zu verbessern. Augmented Reality, was ist das? Streng nach Wikipedia ist es ja sowas wie alles, wenn es darum geht, die Realität mit computergenerierten Inhalten zu überlagern oder zu augmentieren. Das ist es, ob das jetzt Ton ist oder Bild, ganz egal. Die Definition ist aber sehr trocken, also ich würde da gerne ein pauschales Beispiel verwenden. Sagen wir eine Firma, die sich mit der Automobilindustrie beschäftigt, hat ein neues Modell oder will ein neues Modell auf den Markt bringen, entscheidet sich für eine sogenannte Augmented Reality Kampagne, will also in Printmedien, also in den Zeitungen, aber auch große Poster und Plakate in den Großstädten montieren lassen. Wenn der Endnutzer mit seinem Smartphone, Tablet oder vielleicht sogar ein paar Nerds auch mit ihren Augmented Reality Glasses herum marschieren und vor der Zeitung stehen oder vor dem großen Plakat, soll er das 3D-Modell des neuen Automodells sehen. Das kann bei einem Poster bis hin zu Lebensgröße projiziert werden und soll im Fall von einem Newspaper oder von einem Magazin oder einer Zeitung bis hin zu einem Minatur-3D-Modell sein. Die Technologie dahinter könnte zum Beispiel die Wikitude SDK sein. Der oder die Agentur nimmt einfach ein sogenanntes Target Image, also keine Ahnung, dieser Flyer zum Beispiel, erzeugt sich ein 3D-Modell von seinem Fahrzeug oder was er immer er promoten will, kann dann mit JavaScript-Kenntnissen und ein paar anderen Tüfteleien eine Augmented Reality Experience oder die genannte Augmented Reality Experience zaubern. Ja, neben diesem fiktiven Automobil-Use-Case, der jetzt vorhin beschrieben worden ist, haben wir auch große Firmen, die auf die Wikitude SDK setzen. Zum Beispiel hat SAP eine Demo für Internetzwecke mit einem Helikopter zusammen mit Marenko erstellt, aber auch Printmedien wie One Earth, rechts oben erwähnt, hat ein Buch erstellt, indem man eigentlich nur unter Anführungszeichen Satellitenbilder sieht in den unterschiedlichsten Ländern und Regionen und verwendet eine zusätzliche App, die es in den Stores veröffentlicht. Und wenn der Nutzer diese wirklich nur Satellitenbilder abscannt, sieht er plötzlich 3D-Modelle und andere Wissenschaftsstatistiken und Ähnliches über die Bilder eingeblendet. Neben dieser großen Brands haben wir auch Hobbyentwickler, Universitäten, die sich mit unserer SDK herumspielen, haben mittlerweile mehr als 40.000 registrierte Developer oder Entwickler und mehr als 1.000 Apps, die da draußen herumlungen und unsere SDK nutzen. Und die Entwickler und die Agenturen sind auf mehr als 70 Länder verstreut. Ein kurzer Schwenk, bevor ich auf Details wie die aktuelle Hardware und deren Herausforderungen eingehe. Das Thema Augmented Reality ist keineswegs etwas Neues, also was es erst seit vier Jahren gibt oder erst mit den Glasses zum Thema wurde, sondern das Konzept selbst wurde sogar von einem Schriftsteller, dem gleichen, den wir vom Zauberer von Ost kennen, bereits 1901 erwähnt. Dabei bekam ein technischer Junge ein Geschenk und das war im Prinzip nichts anderes als eine Brille. Und wenn er diese Brille aufsetzt, dann verriet ihm diese Brille den Charakter seines Gegenüber. So wurde bereits 1901 in diesem Kinderbuch die Idee geboren, man setzt eine Brille auf und sieht die Charakterzüge der jeweiligen Person ganz plakativ und vereinfacht mit einem G für Good und einem E für Evil. Bereits 1901 von Frank Baum erwähnt. In der Zwischenzeit hat sich natürlich auch die Filmindustrie auf das Thema gestürzt und schon 1987 herum das Augmented Reality-Thema aufgeschnappt und hat allerdings nur wesentlich mehr daraus geholt, als einfach nur Buchstaben auf die Stirn oder auf eine Stirn anzuzeigen. Dabei ging es wirklich um Gesichtserkennung, um On-the-Fly-Abgleichungen zwischen dem Gesicht des potenziellen Häftlings und einer zentralen Datenbank oder sogar der Auswertung von Eigenschaften und Proportionen von den Objekten, die im Sichtfeld sind. Naja, nur bereits vor Hollywood hat auch das Militär Augmented Reality zu Nutzen gewusst. Sie haben bereits 1970 oder in den 1970er Jahren sogenannte Helmet-Mounted Displays verwendet, um so Zielsteuerungen kombiniert mit Infrarotsensoren oder Hitzesensoren zu kombinieren, um daraus einen Mehrwert für eigene Zwecke zu erschaffen. In der heutigen Zeit oder bis in die heutige Zeit wurde das dann perfektioniert und wird in diversen realitätsnahen Simulatoren für Flug- und Kampf-Szenarien auch verwendet. Naja, was noch viel interessanter ist, ist eigentlich der Blickpunkt des Endnutzers. Also seit wann kann eigentlich ein Endnutzer mit Smartphone Augmented Reality nutzen? 2008 war, wie anfangs erwähnt, das erste Google-Android-Handy am Markt. Da war Android-Entwicklung noch wesentlich leichter, weil es war nur ein Gerät. Und dieses Gerät kam mit den Sensoren für Kamera, aber auch allen anderen Hardware-Bedingungen, die man für Augmented Reality braucht. Also waren es Ende 2008 lediglich die Nutzer, die ein G1 oder ein HTC Dream in den Händen hielten, wurden Smartphones in den folgenden Jahren immer besser verkauft und immer mehr angenommen. Dazwischen wurden Tablets auf den Markt geworfen und neuerdings auch das Wort Phablets geprägt. Als 2013, glaube ich, war es circa auch mehr Smartphone-Nutzer online waren als Desktop-Nutzer, war dies auch die Zeit, wo Wearables, also Smartwatches, alles, was irgendwas mit Smart zu tun hat, Smartglasses, aber auch Gestensteuerungs-Hardware eine Rolle spielt. Das kann jetzt wie im Fall von da unten, diese kleinen Myo-Dinger, im Prinzip ist das so Hardware, die pappen man sich an den Oberarm und der erkennt dann die Gesten, die der Nutzer mit seiner Hand macht. Bis hin zu Smart Rings, die da unten erwähnt sind, mit denen kann man auch per Touch und ein paar Buttons Interaktionen tätigen und sogar Helme mit Augmented Reality Featuren wurden vorgestellt. Und viele dieser Wearables machen auch in Kombination oder für den Use Case Augmented Reality mehr als Sinn. Aber die Frage ist, was machen wir eigentlich mit Augmented Reality? Oder was bringt uns Augmented Reality als Endnutzer? Oder was fordern wir von Augmented Reality? Wie soll das ausschauen? Ich bin mir sicher, jeder von Ihnen hat schon mal so ein wunderschönes Video eines Designers und Prototypen und Konzeptionisten gesehen, der das Thema Augmented Reality in einem wunderschönen, hochauflösenden Video präsentiert und sagt, hey, stellen Sie sich vor, Sie haben diese Smart Glasses auf und Sie stehen vor einem Motorblock und einem wirklich komplexen Problem. Die Glasses oder unsere App analysiert das Videobild on the fly, weiß sofort, welche Schraube das Problem ist, gibt Ihnen Instruktionen, mit welcher Reihenfolge Sie welche Module auswechseln oder austauschen sollen und gleichzeitig sehen Sie rechts oben noch wunderbar, also wäre es kein Problem, auch noch den Live-Kamera-Feed Ihres Kollegen, der Ihnen auch noch Voice-Commands zu Ihrem jetzigen Szenario gibt. Und natürlich darf es nicht fehlen, dass Sie auch noch visuell den Hinweis bekommen, welche Schraube wo zu tätigen ist, in welchem Arbeitsschritt. Das stellt man sich grundsätzlich vor. Na, das ist Augmented Reality. Und natürlich auch das Thema Face Recognition mit Facebook. Facebook hat doch alle meine Profilbilder und kennt alle meine Freunde, also muss noch Augmented Reality auch möglich sein, dass ich einfach zu meinem Gegenüber hingehe, mit meinen unauffälligen Smart Glasses, mal kurz analysiere, check, ob der Bügel schon glüht, weil er so viel rechnet und die App wird mir dann wohl ausspucken, wer das ist. Das ist ja vielleicht auf LinkedIn, kenne ich den von Facebook, ist das sogar schon einer meiner Freunde, sagt mir, wann es ein Geburtsdatum ist oder ihr Geburtsdatum und viel, viel mehr Infos. Und das Ganze natürlich in einer ähnlichen Seamless Experience wie in diesem Bild links oben. Aber auch die Industrie hat große Anforderungen an Augmented Reality. Wie wäre es denn? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mache ein neues Auto oder einen neuen Motorblock. Ich würde gerne meinen Entwicklern oder meinen Ingenieuren ein Tool zur Verfügung stellen, indem sie auch ein Target auf dem Bild legen, auf dem Bild, auf den Tisch legen und dann erscheint das 3D-Modell von dem jeweiligen Produkt, das entwickelt werden soll. Und der Ingenieur kann dann auch gewisse Teile auswählen, er erfährt auch da wieder Zusatzinformationen und kann das Thema Augmented Reality auf diese Art und Weise nutzen. Tja, kurzer Reality-Check. Wie schaut es denn im Hier und Jetzt aus? Also im Hier und Jetzt ist das Thema HUD oder Head-Up-Display wahrscheinlich jeden ein Begriff. Also man nimmt im Prinzip nichts anderes als ein anderes Bild oder Zusatzinformation. Ähnlich vielleicht wie bei Mario Kart-Spielen sieht man halt rechts oben, wo man jetzt gerade steht, ob man erster, zweiter, dritter ist, wie schnell man fährt und ein paar runden Statistiken. Im Prinzip ist auch dieses Prinzip angewandt für diesen Head-Up-Displays, für die Navigation. Aber er wird auch aktuell in einem Prototypen-Stadium auch von Scully zur Verfügung gestellt. Das ist im Prinzip ein Helm, der sich selbst als AR-Helm benennt, der auf der Rückseite eine Kamera hat und somit kann der Fahrende auch jederzeit sehen, was denn hinter einem so los ist und wie schnell er fährt, ohne wirklich aufs Tacho zu sehen. Ja, und dann gibt es nur den anfänglich erwähnten Use Case mit dem, man nehme ein 3D-Modell und pappe es über ein Target und verwende hierfür sein Smartphone oder sein Tablet. Weil, wie schon erwähnt, Glasses, wie wir sie hier sehen, aus wundersamen Gründen kein Mensch von uns zu Hause hat. Google weiß, wie es geht, dass es nur wenige bekommen und jeder nur so hinstarrt, ich habe das noch nie aufgehabt, ich kenne das nicht, was kann ich damit machen, wie funktioniert das überhaupt, ich kenne das nur aus dem Video, aus dem Produktvideo von Google Glasses. Ich würde Ihnen jetzt gerne einen Überblick schaffen, dass auch Sie vielleicht in der nächsten Augmented Reality oder Wearables-Diskussion ein bisschen mehr auftrumpfen können und wissen, was es mit diesen Geräten auf sich hat und was die Stärken, aber auch Schwächen von den einzelnen Modellen sind. Nehmen wir es erst als den Bekannten Google Glass her. Im Prinzip habe ich jetzt einfach noch ein paar Rubriken erfunden, die vielleicht relevant sind. Gut zu wissen ist zum Beispiel, dass eine Anwendung, die man für Google Glasses implementiert, als auch tatsächlich auf den Google Glasses läuft. Das heißt, auf diesem schmalen Schlitz hier läuft die, oder auf dem kleinen Bügel läuft die Applikation, die man entwickelt. Man sieht auch hier, dass es monocular ist, also nur auf einem Auge relevante Informationen darstellt, hat hier oben auch eine Kamera. Google, klar, verwendet Sprachbefehle und was auch auffällig ist bei diesen Glasses, ist es ihnen sehr leicht. Und Google hat sich bereits von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie löse ich das Problem User Interface oder User Experience für diese neuartige Hardware. Und sie haben sich dazu entschlossen, naja, wie wäre es denn mit Swipes? Das heißt, der User hat das Ding auf und kann da recht wunderschön an seiner Schläfe seinem Gegenüber den Vogel deuten, um damit durch Menüs durchzunavigieren und Apps zu benutzen. Das Ganze ist leider nicht see-through, also Sie können es dann gerne aufsetzen. Man zieht da nicht wirklich durch, weil dieser Block zu groß ist und auch hier wird einem einiges vom Sichtfeld gestohlen. Ein weiterer Mitstreiter wäre Wysix mit ihrer M100. Schaut im Prinzip etwas technisch aus, ist vom Prinzip her aber gleich, wie wir den Google Glasses, nur dass Sie sich Ihre Glasses aussuchen können, diesem wunderschönen Design, und können diese nachher auf die rechte Seite Ihres Bügels befestigen. Sie sehen dann, ich spare mir jetzt diese Brille, sehen dann so ein unauffälliges Ding vor dem rechten Auge und sehen dort drinnen auch ein Display. Wie man da erahnen kann, kann man da auch nicht durchschauen. Das heißt, es ist auch hier nicht see-through, sondern man hat im Prinzip nichts anderes als ein Display im Sichtfeld. Und wenn man das rechte Auge zumacht, ist alles gut. Und wenn man nur das rechte offen hat, dann sieht man ein Display. Das Interessante dabei ist, dass nicht nur das Display klein ist, sondern auch, dass die Wysix sich auch für Kontrollelemente auf dem Gerät entschieden hat. Das heißt, Sie haben da ein paar Buttons, die man dann so durchklicken kann und vielleicht den On-Off-Schalter betätigen kann. Aber Sie haben auch das Problem entdeckt, dass für präzisere Input-Methoden auch ein Smartphone einfach Sinn macht. Das heißt, man kann dann auch noch zusätzlich ein Smartphone nutzen, um dann das bekannte Trackpad-Verhalten auch auf dieser UI abzubilden. Opt-Invent-Aura ist ein Kickstarter-Projekt, geht in eine ähnliche Richtung, im Prinzip nur mal die Mischung der beiden Vorgänger und schaut so aus. Das ist natürlich frisch vom 3D-Drucker aus und ein Kickstarter-Projekt, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber vom Prinzip her das Gleiche. Das heißt, man hat einen Rahmen und man hat wieder auf der rechten Seite ein Lob an alle Rechtssender, wieder das Display. Sie haben sich auch entschlossen, für diese Swipe-Gisten und ein Touchpad oder ein Trackpad auch an den Schläfern zu befestigen. Allerdings ist es hier dem Nutzer auch möglich, oder es ist de facto das Gleiche, als wenn Sie das Trackpad Ihres Laptops hier reinpflanzen. Das heißt, man kann tatsächlich hier ein Trackpad nutzen und so durch die gewohnte Android-Oberfläche, die Vorgänger sind übrigens alle Android-basiert, durch die gewohnte Android-Oberfläche von seinem Smartphone auch auf den Glasses durchnavigieren und spezielle Augmented Duality-Apps nutzen. Augmented Duality-Apps, wenn ich das erwähne, heißt in diesem Zusammenhang immer irgendwas, was mit Bilderkennung zu tun hat. Image Recognition ist ein großes Thema. Dieses 3D-Szenario ist eines, das sehr oft demonstriert wird. Und in diesem Fall ist es hier auch rechts eine mehr oder weniger unauffällige Kamera, die man dann nutzen kann, um AR-Apps zu starten. Den vierten Kollegen, den habe ich leider nicht hier, aber den kann man sich relativ einfach vorstellen. Das ist sowas wie eine Skibrille, die ein Head-Up-Display auch verwendet und das im Prinzip rechts unten wieder. Ein kleines Display, ähnlich wie bei Wysix, einblendet, sodass sich der Nutzer oder der Snowboarder, der Skifahrer auch wirklich aufs Skifahren oder Snowboarden konzentrieren kann. Aber wenn er lustig ist und er gerade glaubt, nicht auf die Piste schauen zu müssen, kann er kurz nach unten blicken und sieht dann seine aktuellen Höhemeter, die Geschwindigkeit und andere Statistiken eingeblendet. Und der fünfte im Bunde wären die Kollegen von Epson, die sehr häufig in diversen Prototypen verwendet werden, sind die einzigen, die tatsächlich zwei Displays haben, wirken zwar etwas wie Panzergläser, die man vor sich trägt, aber im Prinzip ist da ein großer Vorteil, man hat zwei Displays, kann also theoretisch auch als Entwickler eine 3D-Feeling erzeugen. Das heißt, wie im 3D-Kino hat der Entwickler dann die Möglichkeit, oder im 3D-Kino ist gut, der Entwickler kann das rechte und das linke Display separat implementieren, sodass man tatsächlich, der Nutzer das Gefühl hat, durchzublicken, nachdem das wie eine Brille, kann er wirklich durchblicken, kann den Flyer sehen und das 3D-Modell wird gleich wie auf einer Brille einfach drübergelegt. Das heißt, es wird auch kein Kamerabild gerendert, wie in einem kleinen Display, sondern er sieht tatsächlich, wie durch eine Brille diese ganze Experience vor seinem Auge, oder vor seinen beiden Augen. Der Vorteil bei diesen Apps ist weiters, dass die Jungs ein externes Modul verwenden, um es dem Nutzer zu erlauben, diese Touchgesten auszuführen. Das heißt, man hat tatsächlich die Brille auf, dann gibt es ein unauffälliges Kabel und man kann dann sagen, okay, ja, richtig, dieses 3D-Modell rechts oben, wunderbar. Und hat aber auch den großen Vorteil, man kann dieses Ding auch relativ unauffällig und unkompliziert wie sein Smartphone aufladen. Und es hat eine wesentlich längere Akkulaufzeit, speziell für Moment-and-Rality-Applikationen, die die Kamera intensiv nutzen, als die Kollegen von Google Glass, wo wirklich bei Bilderkennungsszenarien es uns durchaus schon öfters passiert ist, dass der Bügel etwas glüht. Ja, ich bin jetzt zwar auf diese Glasses eingegangen, aber im Prinzip glaube ich, ich kann Ihnen immer so richtig vorstellen, wie ist denn das jetzt wirklich, wenn ich diese Glasses aufhabe und durch diese durchblicke. Jetzt habe ich einfach mal ganz plakativ ein Panoramabild erzeugt oder gestohlen mit dieser angegebenen Quellenangabe. Und wir nehmen einfach das als Beispiel, um Ihnen zu demonstrieren, wie schaut das aus Endnutzer-Sicht überhaupt aus. Das heißt, ich als Agentur will zum Beispiel ein riesengroßes Panoramaposter in diesen Räumlichkeiten aufhängen und möchte die Skyline von New York und hätte hier gerne King Kong auf dem Empire State Building herumhupfen. Ist in dem Fall natürlich bewusst etwas billig gemacht. Im Normalfall ist es ein 3D-Modell oder tatsächlich so, dass es nicht mehr so offensichtlich ist, dass hier die Augmentierung passiert. Wie schaut das jetzt für Glasses-Nutzer aus? Für den Google Glass-Nutzer sieht man ihn rechts oben. Der hat, wie gesagt, nicht mehr als ein kleines Display rechts oben. Das heißt, er wird von diesem Szenario in der Mitte unmittelbar gar nichts mitbekommen. Außer er bewegt sich gleich links oder nach rechts. Oder der Entwickler entscheidet sich, das Kamerabild einfach nochmal zu rendern und somit sieht er die Wirklichkeit ohne King Kong und die Augmented-Duality-Ansicht in Miniatur mit Kamerabild dupliziert und King Kong drinnen. Ist für Google Glass der Fall. Epson ist, wie gesagt, see-through. Hat allerdings das Problem, oder ein bekanntes Problem, dass es nicht möglich ist, wie in diesem anfangs erwähnten Wunsch-Szenario für Augmented-Duality, ganz einfach die ganze Szene zu augmentieren. Und wenn da rechts hinten was passiert oder da links vorn, es wird einfach alles augmentiert und wohin ich gerade schaue, ist eigentlich nebensächlich. Ich sehe einfach die Augmentierungen, egal wo ich hinschaue. In Wirklichkeit ist es aber so, dass obwohl man diese Brille auf hat, ist es nur ein Display, das ungefähr, kann man ganz grob so vorstellen, im Prinzip wie ein langes Rohr ist, durch das man durchschaut und nur durch dieses Rohr erfährt man die Augmented-Duality-Experience. Das würde für den Fall King Kong bedeuten, dass der Epson-Nutzer mit seinem Epson-Gleis ist, mit seinem Epson-Display, nur den unteren Sockel des Empire State Buildings sieht, wenn er gerade ausblickt und wenn er etwas nach oben sieht, sieht er auch King Kong. Also er wird nie die gesamte Szene sehen, außer er geht noch weiter nach hinten. Bei Aura-Gleises ist es ähnlich, allerdings ein bisschen rechtslastig, weil die Jungs nur ein Display haben. Aber auch hier das Problem, sie decken nicht das gesamte Sichtfeld ab und der Nutzer wird immer ein bisschen nach rechts und links schauen können und erahnen können, speziell im Falle eines 3D-Modells, worum geht es denn da überhaupt, ist sich die gesamte Szene gar nicht. Und Recon, auf das brauche ich gar nicht im Detail eingehen, das ist im Prinzip ja ein kleines Display unten, das vielleicht sogar nur King Kong sagt und Wysix rechts unten, Entschuldigung, und Wysix im rechten Bereich dann auch noch sein Display hat. Also diese ganzen Eindrücke hier sind rein subjektiv und sollen keineswegs irgendwelche Hardware dissen oder ähnliches, weil der Smartphone und Tablet-Nutzer ohnehin eine viel ernüchternde Experience hat. Das heißt, er sieht lediglich das verkleinerte Wirklichkeitsbild mit dem King Kong und kann dann auch wieder so die Auf- und Abbewegungen machen, um die gesamte Szene zu erfassen. Welche Möglichkeiten gibt es denn grundsätzlich, um zusammen mit der Eyewear oder diesen Smart Glasses Augmented Reality oder andere Szenarien abzudecken? Wie bei Google erwähnt, gibt es die Möglichkeit von Google Voice Commands oder allgemeinen Sprachbefehlen, dass der Nutzer steht dann einfach hier, in der Öffentlichkeit oder auch nicht, und sagt halt dann, okay, Google oder okay, Glass, take a picture. Jeder weiß, was Sache ist, jetzt mach dein Bild. Oder er macht ein Video, bin hochauflösend oder ähnliches. Wie bei Epsilon sind es dann diese Kontrollelemente oder wie erwähnt, auch Gestensteuerung. Die richtige Wahl oder die richtigen Komponenten zu finden, hängt stark davon ab, was man wirklich will mit seinem AR-Use-Case. Will man nur von A nach B gelangen und verwendet AR, um eine Miniatur-Map einzublenden, so ist es Google Glass die ideale Lösung oder es reicht völlig aus. Oder verwendet man vielleicht sogar die Aura-Glasses und kann bei den Aura-Glasses zum Beispiel sogar ein Flip-View machen, kann dann Augmented Reality sehen, macht dann eine kurze Bewegung und sieht dann die Kartenansicht etwas unterhalb des Sichtfelds. Das heißt, es hängt stark davon ab, was man will. Für den Read-Only-Use-Case reicht das völlig aus. Will man allerdings wirklich hochauflösende oder professionelle 3D-Modelle bearbeiten und entscheidet sich dafür, auch Smart Glasses zu verwenden, da ist es wichtig, dass man möglichst viel oder ein möglichst großes Display hat und da ist aktuell Epson und die Aura-Glasses ein möglicher Kandidaten und man benötigt auch hier ein Touch-Input-Gerät. Anders wird man nur schwer gewisse Bauteile des 3D-Modells selektieren können. Ja, und im Fall Sport und Freizeit haben wir vorhin noch den Skibrillen-Use-Case leicht belächelt. Und es ist eigentlich berechtigt, was die Jungs machen. Im Prinzip spielt ja auch Sicherheit eine große Rolle und man kann es nur schwer rechtfertigen, dass man dem Nutzer die ganze Zeit die beste und kürzeste Route bei seinem Snowboard-Trip anzeigt und völlig außer Acht lässt, dass es ja auch noch andere Passanten und Kollegen gibt, die hier mit dem Snowboard und mit dem Skis unterwegs sind. Das heißt, auch für diese Sport- und Freizeit-Use-Cases gibt es eine gewisse Nische oder einen gewissen Best Practice, was man hier berücksichtigen muss oder kann und darum entscheiden sich auch viele für diese HUDs, also Head-Up-Displays und verwenden gar nicht wirklich AR als Use-Case. Weil es wichtig ist, dass es nicht oder dass es unauffällig ist und einem nicht stört von dem, was man eigentlich vorhat. Bei Spielen und bei Simulationen geht es um etwas ganz anderes. Da spielt es wirklich eine Riesenrolle, dass das Ganze möglichst realistisch aussieht, hochauflösend ist, dass Interaktionen wie Gesten etc. sofort verarbeitet werden und dafür spielt aktuell Virtual Reality vielleicht noch eine größere Rolle als Augmented Reality. Virtual Reality, wie man es kennt von den Oculus Rift, ist halt dann doch einmal so ein richtiger Prügel, den man vor allem im Gesicht hat. Aber man kann dadurch auch von Achterbahnen bis anderen Simulationen einfach alles durchspielen und der Nutzer weiß in dem Moment, wo er den Prügel aufsetzt, okay, ich bin in der Virtual Reality und ja, ich lehne mich zurück, aber ich bin in einem gesicherten Umfeld und nutze die Stärken der guten Performance der Classes aus, um ein realistisches Szenario zu erzeugen. Nur, wie sieht es denn mit dem End-User aus? Das heißt, der, der jetzt weder mit der Industrie einen Use-Case findet, noch mit Simulationen etwas zu tun hat, für den End-User sind wir aktuell noch etwas zu früh an. Das heißt, bis die Zeit kommt, dass einen keiner komisch ansieht, wenn man beim Zahnarzt oder wo auch immer mit dem Google-Asset da sitzt, da wird noch einiges passieren müssen oder man entscheidet sich generell auf andere Hardware umzusteigen. Das heißt, für uns als Wikitube, als Softwarefirma, sind wir aktuell in der Situation, dass wir stark von der Hardwarefirma oder von Hardwarefirmen abhängig sind, von neuen Konzepten, die vorgestellt werden und weniger mit technischen Raffinessen zu tun haben, dass wir Algorithmen optimieren, damit sie auch auf schwachen Smartphones funktionieren. Das ist aktuell kein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Die viel größeren Herausforderungen sind die, dass man das perfekte User-Interface findet, das Problem mit dem begrenzten Sichtfeld irgendwie löst und sich Gedanken darüber macht, was bringt es wirklich dem Endnutzer. Und wenn Sie diese Diskussion auch später oder beim Mittagessen bei einem Thementisch durchleben wollen und vielleicht auch ein paar dieser Prachtstücke aufsetzen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen. Um 13 Uhr, glaube ich, ist dieser Thementisch und können sich das gerne ansehen und nochmal aufsetzen. Bei Fragen aller Art, jederzeit, entweder danach, bei einem Kaffeepräuschen, per E-Mail oder jetzt gleich. Vielen Dank. Applaus 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 und